Jumbo das Hammer-Duell. Diesmal soll ein Raumtrenner gebaut werden. Keine Ahnung was er gemacht hat, ich weiss es nicht. Wir sind ein bisschen grobmotorischer Veranlager. Kreative Ideen bei Jumbo das Hammer-Duell. Montags um 19.55 Uhr in Sat.1 Schweiz. Also ich glaube schon, dass die einen Plan haben. Er ist einfach ein bisschen anders. Es geht nur um Bestechung. Wir wollen da wirklich bestechen. Das ist auch ein Fakt.